Herzlich willkommen bei TesterBar. Bei uns findest du immer spannende Produkttests, du findest unsere Hilfe von Produkttestern für Produkttester und ein bisschen was Persönliches. Dafür haben wir einen Sendeplan. Es gibt immer am Montag und am Freitag ein Video über Produkttests. Am Mittwoch gibt es dann ein How-to-Blog, also unsere Hilfe von Produkttestern für angehende Produkttester. Und am Sonntag gibt es dann unser Tagebuch, also ein Einblick in unser Privatleben, was ist so in dieser Woche passiert. Klick am besten gleich auf Abonnieren, dann verpasst du keine Folge mehr. Ahoi!